Untertitelung des ZDF, 2020 Warum gibt es an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung? Den würde Guiton mit Auszeichnung bestehen. Vater, eigentlich ist das überhaupt keine richtige Fälschung. Das ist unsere Chance. Bei der ersten Stunde möchte ich gern dabei sein. Ist es okay mit dir? Unser Junge ist ein geborener Künstler. Wir haben im Laufe der Zeit wirklich sehr viele Kunstlehrer bei uns ausprobiert. Ich musste gerade an jemanden denken. Weißt du, was an der Angelegenheit das Allerseltsamste ist? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020